Guten Tag, das ist heute unsere letzte Sitzung. Sie haben entscheidende Fortschritte gemacht. Wie sitzen denn heute? Was stellen Sie sich denn so vor? Ich stelle mir gerade vor, wie ich der Anbauwand aus dem Fenster lädre und mein Jahrsherrtinger her springe. Ja, und weiter? Und dann wollte ich noch Ungarn verkleinern, zum Frauentag. Na, das hört sich doch schon ganz gut an. Darfst du Ihnen Monsieur sagen? Unge, kochst du mir ein Ei? Da freue ich mich für Sie. Dann zusammenbauen mit mir. Dann zusammenbauen die ganze Nacht. Von Musik haben Sie nichts übrig, ne? Doch schon. Wie wär's denn mal mit einer Jacke aus Holz, Mutter? Ich bin nicht Ihre Mutter. En garde, Monsieur. Los, kleines Fechterchen, ha, meiner? Komm schon, Herausforderung. Bitte legen Sie es wieder weg. Was soll ich denn auf Ihre Krankmeldung schreiben? Diego Amanda Maradona. Ab wann können Sie denn wieder arbeiten? Ab 90 Grad. Und die Rechnung bitte, Herr Ober. Äh, Herr Gellner. Die Hände. Ich bin nicht nur auf dates.